Ich bin schon groß um vier, Try Leute moin Max hier, ich lad dich ein, ich bin Try Max. Ich beide Fallen ausgewichen, mit zwei HP, beide... Komm mein Süßer, zack zack, weg! Wie du als blauer Pump, und für ein Spiel hier, dafür erstmal die Strafung. Achso! Du hast mir ein Leben abgezogen, zwei HP. Den habe ich zwei HP abgezogen? Mir, hier hinten. Dir! Nein, nicht mir! Dir da hinten habe ich zwei HP-Kram mit dem Pumpshot abgezogen! Jaja. Was? Klipp das mal hier mal in Chat, WTF? Digga, er kriegt da hinten absolut Kollateralschaden. Wie viel Leben hast du? Die Pellets kann man irgendwann nicht mehr durchdrücken. Das Problem habe ich zum Beispiel nicht bei den Dings. Er hat mich einfach gelöscht, Digga! Er hat mich einfach gelöscht! Ich habe keinen Bock mehr! Ich habe keinen Bock mehr! Ich habe keinen Bock mehr! Ich bin voll cool, ach spring mal zur Seite, easy x peasy! WAH! 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 Ihr habt den Boden gesehen! Bitte macht einen Clip, kommt Zeichenzeit! Higelt. ich hab gar nicht auf mein leben geachtet gerade ach doch das ist der letzte oder ich werde hier er versucht auch zu snipen das war der sniper was habe ich gerade gesagt der kann gg bro sehr gut oh man ich dachte er wäre da hinten der gar ich habe sogar gerade gesagt das einzig wofür ich bei ihm angst habe sind die sniper shots was 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 klipp das war bitte was bitte oh mein oh mein gott das muss selbst noch was sehen ich war doch perfekt drauf keine kugel ist connected alle ach da war noch so schwere pump sogar auch an mein herz meine seele sie brennt bitte klipp das jemand bitte sterb ich durch die zone warte ich habe ein schuss ein schuss nehme ich ihn mit oder nicht ja ja ein schuss digga das war's wert das war's wert niemand kann mir was ich habe echt gehofft dass sie in die falle darauf oder warum bin ich so schnell war das nico das war nicht nico oder nein nico als ob der bus einfach wackes scheiße ist oh hier war tatsächlich ne pump also das nenne ich gutes timing wenn wir mal ganz ehrlich sind oder ja das nennen wir mal ganz 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 perverses timing oder ok ich dachte die war unten die falle und tot ich hab den kill bekommen no way das war das beste was ich in meinem gesamten leben in fortnite gemacht hab guck mal wo ich hinfliege da ist nichts im weg digga nichts ich hab doch alles weg gebaut guck mal wo ich hinfliege ich hab den schiff hier rein digga ich fliege da auch hin ne oh mein god no way so was hab ich in meinem leben noch nicht gesehen oh ein flugzeug mischt sich wieder ein bro oh no way was denn ich kann nichts machen digga ey unglücklicher gehts nicht digga ich schick den klippen bruder mehr fech kann man nicht haben hier kann man so viel und fech haben digga ganz unwunden was ghost shot in sein gesicht liegen wow das sichert sein kopf ich hab's nicht das ist ein bug vom spiel wait a minute das ist schon ganz schön ätzend ah Nigo bruder was geht digga hey Aaron Ross kommt hier mit 100 102 zuschauen kuss Niko war 3 HP digga der freut sich über meine ich weiß nicht wie schlecht der Gegner als chat ich weiß es nicht for real ich weiß es nicht wenn das nicht früh genug war und sogar 2 Ballons was hier ist viel Wurz ja ja aber die Bälle müssen wir auf jeden Fall nochmal ja aber schon es reicht digga was ist das jeden Tag du hattest nen Jump halt ne Junge digga oh mein gott ich hab's so verpeilt ggs los still bruder bitte aah ich musste ihn w keyen ich musste ich habe was ist wieder komplett war ja für was ist das was dir komplett war ja Ja verdammt war es Hat da grad jemand? Ja da steht jemand Es hat geklappt Es hat geklappt Hier steht noch jemand Oh kein Triple Multi S Ah ein Choke, ach man warum choke ich so? Ach man Ja alle deine Freunde sind tot, hallo Freund Moin muss los Fp ach Digga gib mir doch einen Punk Vieles Batman sagst du? Batman Batman Habt ihr gesehen der hat teleportiert Der ist der beste Spieler der Welt Was? Der hat sich sowas von teleportiert Hab ich gesehen wie schnell der von der Treppe auf einmal neben mir stand Auch darf man mal bitte ein Clip WTF? Ich visier die Treppe an der steht neben mir Out of zone 100%ig Hört auf mich zu trollen Digga Lama im See Ja ok das ist dann out of zone Och man warum hab ich es nicht gesehen Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ja In Ich bin овые Musik In Bis zum nächsten Mal.